Was geht, Freundin, aus dem Bad? Wir switchen rüber und let's rock! Yo, no, I'll give you 20 bucks if you throw your... Was war das jetzt? Yo, no, I'll give you 20 bucks if you throw your... Oh, das arme Handy, okay, das war... Alter! Jesus! Hihihi, äh... Hm, was, ein Move, Alter! Danke. Was haben die runden Kameras zu bedeuten? Wenn das jetzt Trend wird und mein neues Handy dann auch so eine runde Kamera, dann hole ich mir nie wieder ein neues Handy. Also ein rundes Bild. Die haben den ganzen Grill zerlegt, Alter. Wer fährt mit einer Parkkalle? Das ist so dumm. Was ein Idiot, Alter! Das kennen wir und bloß nicht mit den Steinen jetzt, das ist wohl noch geiler. Was zum... Ist das wirklich gekickt, Alter? Also das ist kein gutes Handy, wenn beim Abmachen von der Folie das ganze Display mit wegreißt. Oh nein. What? Ja gut, aber dann kannst du anrufen und sagen, Chef, kann ich weiterarbeiten? Guck mal, Auto. Äh, der ganze Ding fliegt doch weg. Oh, doch, nicht. Das sah aber krass aus, Alter, wie der den Ball weggeschlägert hat. Der ist bestimmt weit geflogen. War wie so eine Peitsche, Mann. Äh. Oh mein Gott, einfach abgestürzt. Hallo! Ja! Was? Was? Was ist seine Mission? Was ist das Ding weggeflogen? Oh mein Gott! Stabil? Schon wieder so ein Fenster. Das ist so doof, Alter. Welcher Architekt hat sich das... Okay, in dem Badezimmer ist ein Fenster. Man kann sich nicht beschweren. Er war eben halt einfach in der Lüftung. Gut, jetzt war schon die ganzen aus. Ach komm, vergiss das. Wir waren mal bei New Kids im Kino, wo der erste New Kids Film im Kino lief. Junge, das war... Das war auch so ein Tag, wo ich mir gedacht habe, ich gehe nie wieder ins Kino ab. Ab dem Tag fing das dann langsam so an, wo ich Kino immer weiter gemieden habe. Weil da waren nur Verrückte drin. Nur alle. Ich würde das Wort nicht aussprechen. Das ist auf jeden Fall nicht das, was hinten neu dran hängt oder wo ihr drauf sitzt. Sondern das andere Wort, was man auch auf RTL Nachmittagsprogramm oft sieht. Ey, die haben da Klopapier rumgeschmissen, die haben da ihre Getränke rumgeschmissen, die haben da die ganze Zeit rumgeschrien. Es sind zwar Ausnahmefälle, Einzelfälle, aber ey, jedes Mal danach, wenn ich noch ins Kino bin, hast du halt irgendwo Handys leuchten sehen oder so. Und das hat einfach keinen Bock mehr gemacht. Manche waren schon noch ein paar Verrückte dabei, aber alter. Was zur Hölle, diese Frisur ist ja vollkommen verrückt, man. Oder brennt es ein bisschen? Es ist wirklich explodiert. Okay. Die Schlange sucht die Frisch wahrscheinlich. Das ist eine Schlange Frisch, aber was macht denn er? Oh mein Gott, das ganze Ding. Ach, deswegen ist der runtergefallen. So ein Noob. Äh. Was? Was, ich sehe da gerade einen Shake, alter? Was ist das? Boah, die Zehen, alter, was ist mit ihnen? Die sind ja auseinandergebogen als meine Finger, wenn ich sie spreize. Krank. Aber es ist ein Foul, weil du hast die weiße Kugel nicht berührt. Aber trotzdem geil. Da hat sie ja gar nichts gebracht. Da hat sie ja gar nichts gebracht. Junge, der kommt nicht mal klar auf sein Leben. Oh oh. Toll, und jetzt geht er. Wer geht denn ohne seinen Kuchen, alter? So. So viel Brot. So viel Brot. Oh, alter, das ist ein Schrei, Mann. Oh, du haben es so gut. Oh nein. Nein. Are you stupid? Ja, ja. Sie hat vollkommen recht. Oh. Oh nein. Was wird das denn? Also man muss schon ganz schön Last sein im Leben manchmal, aber lustig. Ja, ja, ja. Wie viel? 800. 800. Ja, das kostet 25. Das ist brand new. Ich habe die Charger in all. 800? Ja. Check it out. Ich habe zwei für dich. 200? Ja. Die Charger kostet 175. 25. Ah. Darf ich mir überhaupt so ein Ding auch holen? Weil das ist ja, na gut, wenn du es selber bezahlst, eigentlich schon, oder? Weil, gibt es ein Gesetz, dass man unbedingt nicht mehr ganz laufen können muss, um sich so ein Ding holen zu können? Ich meine, dann zahlst du Krankenkasse unter gewissen Umständen aber so. Nein, ich will jetzt nicht mit so einem Ding durch die Gegend fahren. Das ist einfach mal so eine allgemeine Frage. Okay. Junge, das wäre schon dreimal aus, wenn du aufgestanden wärst. Da ist der Strom drauf, auf der Wasserleitung. Interessant. Respekt, dass du das doch noch anfasst. Oh nein. Wow, wo kam die denn her? Ich weiß nicht, ich finde da nichts geil an diesem Trend. Super. Wow, was eine geile Aussicht. Oder deine wäre live. Ja gut, eine coole Aussicht. Geil ist anders. Aber trotzdem cool. Wie stabil er da reinspringt. So, das ist jetzt am Ende. Okay, das ist doch cool. Ich hoffe, ihr hat das Video so gefallen. Mit mir ein bisschen verabschiede ich mich und bin damit raus. ので, wir sehen uns beim nächsten Mal. Und, wenn ihr bestätigt heute noch sicher,اب der so gehen.